Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Runde QSG. So Leute und damit willkommen zu einer Runde Sklavas auf meinem Kanal. Heute auf dem Map Palermo und heute natürlich ein kleines Thema auch am Start, was ich gleich ansprechen werde, wenn ich in der Mitte bin. Und zwar Leute geht es darum, dass ich jetzt den Mauszeiger in der Beschreibung verlinkt habe, da ziemlich viele danach gefragt haben, habe ich den jetzt endlich in die Beschreibung gepackt. Könnt ihr gerne mal downloaden, falls ihr den Wiki braucht, weil es wohl ziemlich viele und ich konnte da nicht immer den Link oder so dazu senden und jetzt mache ich das einfach mal in einem ganzen Video. Ich habe auch sonst nicht wirklich was anzusprechen, außer dass ich halt jetzt aktive Videos bringen werde. Das heißt ca. jeden zweiten Tag oder vielleicht auch, ich weiß es noch nicht, ich überlegs mir einfach so wie ich Bock habe. Wir sind eigentlich ziemlich stacked, deshalb gehe ich jetzt wieder runter und töte den Typen da. So komm her, der hat Jump Boost. Aber es sollte kein Problem sein. So wir haben ihn. Ich bin nicht so der Beste in Sklavas, müsst ihr wissen, aber es sollte reichen dafür, eine Runde Sklavas aufzunehmen. Hoffentlich. So ab zum nächsten Gegner. Melone 98. Haben wir auch. Okay, der war ziemlich einfach. Und da drüben ist auch schon der nächste. Da gehen wir gleich hin. So, dann haben wir auch. So, dann holen wir uns schnell auch den nächsten da. Oh, er portet sich weg. Leider. Schade. Und da ist auch schon einer. Ich habe keine Eier mehr. Aber sollte auch ohne möglich sein. Und runter mit ihm. Okay, er ist down. So, ich werde wahrscheinlich mal schauen, vielleicht eine zweite Runde dranhängen oder auch nicht. Kommt daran, wie lange die Runde jetzt so dauert. Der healt sich nochmal. Aber wir sollten ihn eigentlich getten. Ja. Ich muss ehrlich sagen, Sklavas ist einfacher aufzunehmen, weil es gut ausging. Bei Kurski in letzter Zeit haben wir da einfach nur derbe abfragt. Da spiele ich das auch nicht mehr. Es wird auch in Zukunft weniger Kurski kommen. Aber weniger heißt natürlich nicht, dass gar kein Kurski mehr kommt. Natürlich wird Kurski kommen. Weil Kurski einfach geiler ist oder war gut, dass der Typ jetzt da oben kämpft und wir müssen es raufbauen. Das heißt, kann auch ein bisschen dauern. Und er fällt runter und wir haben ihn. Nice. So, Leute. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Dann lasst gerne einen Like da, wenn euch der Maus sehr gefällt. Und dann tschau. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute.